Wollen wir mal wieder spielen? Gucken wir mal, ob wir einen Heißkopf holen können. Ja, 16.000. Wir müssen alles zweimal machen. Scheiße. Ich frag mich, warum sie selbst nicht im Spiel eingebaut haben. Weil ich wusste, zumindest laut Internet, ist eines dieser Spieler und einer dieser Automaten auf, äh, sagen wir mal, registriert auf die Stammlung drücken. Also, ja, das gehört da irgendwie zu. Wenn ich noch was bekomme, um zu feigen. Ja. 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 Die lassen wir uns jetzt erstmal nicht aus der Ruhe bringen, weil er hat so viel Zeit gut gemacht. Ok. 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 Scheiße. Verdammte. Ich hätte am Ende nicht sterben dürfen. Das war so dumm. Nochmal, nochmal. Willst du mal wieder spielen? Ja. 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 Musik 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 Ich muss noch ein bisschen spüren. Manche sind zu quälend lang, dass du dir denkst, warte, bin ich nicht weitergerufen. Ich bin wieder schnell. Ich bin wieder schnell. Ich bin wieder schnell. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020